Spinelli 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 Ampel immer noch auf Rot, Basch kann da noch nicht beschleunigen, jetzt ist Grün geschaltet, Basch kann Gas geben und da kommt sie, die Meute der 22,620 PS Fahrzeuge auf die Mercedes Arena vorgefahren. Schauen wir mal, ob dies Jahr mehr als vier da durchpasst, im letzten Jahr alles vier, jetzt hat man sich schon ein bisschen sortiert, jetzt hoffe ich, dass da alles gut geht, da kommt dann jetzt eine andere, die 60, da wurde ein bisschen gedrückt, da muss Basch seine gewöhnliche Position aufgeben und hat da ganz leicht hinten, wurde er doschiert und da musste er korrigieren, kann diese zweite Position jetzt halten, jetzt ist man in der Mercedes Arena unterwegs und wir haben die neue Position. Was ist das, was ist das? Allerdings, ich muss noch mal sagen, ganz leichter Schubser, Safety Car geht jetzt hier unten ans Ende der Boxenstraße, ist jetzt rausgekommen. Die ganze Mannschaft, die im Boxenturm ist, bewegt sich jetzt wieder dahin. Das hat ja auch alles mit Sicherheit. Das war so weird. Da sollte es reichen, währenddessen, ich glaube, nur sieben. Hier ist das Problem, dass die die Verlierer ist. Ein perfekte Idee ist im Moment ein, das wir jetzt nicht so gut sind. Und wir gehen zu kurz an. Das Ganze, der Schwarzschutz, 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 der Schwarzschutz. Das übergeben. Aber ich sage dir gerne. Ich habe das hier so, dass wir mit der Schraubendreher in der Nähe sind. Und das hier ist die ganze Runde-Seite. Da wird nicht mehr gut geht. Ein eingeblendetes ist die Meise, der muss die 98 mit der Lehmann da noch mal reagieren. Der will an die Folgen vorbei. Da gibt es Kontakt. Da fangen meine Worte. Ich wünsche euch gleich ein bisschen an die Runde. Das ist die Arena. Da haben wir die Schraubendreher. Da haben wir die Schraubendreher. Jetzt kommt aber dann Chicoto so frei. Das ist aber der Ausfahrt der Bezines-Arena auf der deutlich besseren Linie. Gute Aktion. Flasste Aktion. Und die beiden Aktionen sind noch frei. Und das ist gefährlich bei der ganzen Runde. Und das ist ganz klar. Der Hahn. Auch das ist die Schraubendreher. Das wird mit der Schraubendreher und der Schraubendreher in der Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017